Für uns Künstler und Kreative muss der kreative Funke immer wieder neu entfacht werden. Doch manchmal befinden wir uns in einer kreativen Flaute. Es gibt viele Bücher und Artikel, die Ratschläge geben, wie man dieser Flaute entkommen kann. Ich werde euch jetzt sieben Tipps und Tricks der amerikanischen Künstlerin Aura Sorensen für eine schnelle Rückkehr zur künstlerischen Inspiration weitergeben. Mach einen Ausflug ins Kunstmuseum. Ein Rundgang in einem Kunstmuseum, egal ob moderne oder ältere Kunst, kann uns dabei helfen, einen roten Faden oder eine Verbindung zwischen Kunstwerken zu finden, die hunderte von Jahren auseinander liegen. Und das wirkt einerseits beruhigend und inspirierend zugleich. Von den geschnitzten Zeichen auf einem ägyptischen Sarkophag bis hin zu den tanzenden Pinselstrichen eines impressionistischen Malers sind es die Künstler, die die Geschichte unseres Planeten sichtbar machen und deren Beiträge uns ermutigen, sie fortzusetzen. Räume deinen Arbeitsbereich auf. Es gibt einige Studien, die besagen, dass eine unordentliche Umgebung das kreative Denken fördert. Manche sagen, dass Kreativität aus dem Chaos geboren wird, da eine visuelle Vernetzung von unzusammenhängenden Gegenständen, die unerwartet nebeneinander liegen, neue Denkweisen fördert. Und bei manchen funktioniert das auch. Aber trotz dieser Forschung braucht es einen frisch aufgeräumten und organisierten Arbeitsplatz, damit neue Ideen gedeihen können. Neue Ideen entstehen in einem unbelasteten Raum, in dem ältere Projekte nicht sichtbar sind und Platz für Neues ist. Bewahre eine Inspirationsbox auf. Ora Sorensen spricht über ihre Inspirationsbox, die sie seit über 20 Jahren besitzt. Sie quillt über mit Zeitschriften, herausgerissenen Seiten, Fotos, Karten, bunten Perlen, Federn, alles, was sie als Künstlerin visuell anspricht. Heute ist es noch einfacher, Ideen zu sammeln. Man macht auf dem eigenen Computer einen Ordner mit Screenshots, Zitaten, Fotos und Memes, die über die Zeit gefunden wurden. Und an schlechten Tagen besitzt man eine Galerie an inspirierendem Material, die nur darauf wartet, durchforstet zu werden. Sei aufmerksam. Kunst und Design sind überall. Man sieht sie in den Wölbungen eines Kotflügels eines Autos, in der Rundung eines alten Fahrradständers, im Schillern eines Schmetterlingsflügels, in einer ungewöhnlichen Farbkombination, in der Kleidung eines Passanten oder in Graffiti an den Wänden oder in Plakatwerbungen. Sauge alles in seiner Gesamtheit auf. Notiere alles, was dich anspricht und lege es in eine sogenannte Inspirationsbox. Schlaf drüber. Das alte Sprichwort Schlaf drüber mag seine Berechtigung haben, denn Studien haben gezeigt, dass Schlaf uns hilft, Probleme zu lösen. Der Schlaf strukturiert unsere Erinnerungen und Erfahrungen neu und lässt Vorurteile und Voreingenommenheiten außen vor. Das Unterbewusstsein im REM-Schlaf durchforstet die gespeicherten Daten unseres Gehirns effektiver, weil es frei von neuen bewussten Sinneseindrücken ist, die um die Richtung konkurrieren. Gehe also vor dem Schlafengehen noch einmal deine künstlerischen Ziele durch. Schreibe diese in ein Tagebuch oder stöbere in deine Inspirationskiste und am Morgen wacht man vielleicht mit einer Vision für das nächste Meisterwerk auf. Es gibt keine Fehler. Habe keine Angst, deine Ideen umzusetzen. Jeder künstlerische Versuch, ob man ihn als erfolgreich empfindet oder nicht, ist eine Lektion und kein Verlust und kann sogar zu einem befriedigernden kreativen Unterfangen führen. Jedes beschriebene Blatt oder gemalte Leinwand kann auch wieder entsorgt werden. Aber wichtig ist, nicht die Angst zu haben, es auch zu füllen. Glaube an dich selbst. Jetzt, wo dein kreativer Geist auf Hochton läuft und dir sicher einige fabelhafte und aufregende Ideen eingefallen sind, solltest du diese auch umsetzen. Viele Menschen werden von ihren Selbstzweifeln zurückgehalten. Setze deine Inspiration also um, bevor du auf den sozialen Medien oder wo auch immer siehst, wie sie bereits von anderen umgesetzt wurden. Sei selbstbewusst, sei produktiv, sei künstlerisch und vor allem, glaube an dich selbst. Denn du bist selbst dein größter Kritiker. Wenn es aber trotzdem mit der Kreativität nicht so ganz werden soll, dann klicke hier, wo ich dir weitere Tipps und Tricks für dein kreatives Projekt in diesem Jahr gebe. Oder hier, wenn du in einem wirklich kreativen Loch feststeckst. Abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video. Cheers, euer Max Krasig. . . !!!! Joachim Joachim Joachim